dieses jahr das thema heißt unterhaltestellen bühne frei für abgefahrene ideen und es sollte auch so ein bisschen das wortspiel sein also unterhalten unter diesen haltestellen in jena eben mit dem nahverkehr so gekoppelt die grundidee unserer projektwoche ist eine projektwoche von schülern für schüler das bedeutet dass unsere kinder themen orientiert interessen orientiert ihre angebote anderen kindern unterbreiten und die sich dann letztendlich auch in bestimmte bereiche einwählen können die kollegen an unserer schule sind in dem sinne tatsächlich nur begleiter und berater ich müsste jemand eltern info für den donnerstag formulieren die wo was waren zettel sind alle außer aus zwei gruppen oder so zurückkommen die habe ich in so eine liste eingetragen die hängt da die elternzettel wurden ausgeteilt außer in zwei gruppen das steht aber auf dem zettel drauf und da hängt ein zettel in welcher gruppe es noch nicht ist da muss ich einfach morgen noch mal gucken wir wollen am donnerstag in einer bushaltestelle eine fotobox aufbauen und deswegen basteln wir ganz viele accessoires damit die passanten dann lustige bilder machen können vier elfklässler haben die initiative ergriffen diese gruppe zu machen aber wir wollten möglichst kinder von vielen verschiedenen altersklassen mit dabei haben damit wir dann viele kreative köpfe zusammenarbeiten können und uns gegenseitig helfen können wie wollen wir jetzt den hinterkopf machen das sieht so cool aus gelb 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 ö ö warte mal ö ö müssen wir noch ein bisschen warten die idee der haltestellen ist natürlich dass die schule an sich auch irgendwie von der öffentlichkeit wahrgenommen wird und dass diese projekt woche die es eben nicht an allen schulen gibt und die für uns irgendwie was besonderes ist aber auch ein ganz wichtiger baustein ist dass der irgendwie auch nach außen getragen wird der irgendwie auch nach außen getragen wird ich würde gerne mal hören wie es klingt wenn ihr es drinnen macht nur noch vom geräusch her für mich ist es ein ziel einer projektwoche dass wir uns alle besser kennenlernen also ich arbeite unwahrscheinlich gerne mal mit kindern aus anderen jahrgängen zusammen die ich sonst nie im unterricht erlebe ich finde es sensationell was unsere kinder selber können also wir sollten ihnen auch im alltag noch viel mehr zutrauen denn in so einer projektwoche sieht man was sie alleine auch ohne uns schaffen und das ist großartig die schüler hier in der schule verstehen sich als ein ganzes die projektwoche endet ja mit einer großen feier wo alle schüler da sind auch kindergarten kinder und die eltern und das ist ein ganz großes event für alle und alle sind ganz stolz darauf was sie geleistet haben und freuen sich das allen zeigen zu können das ziel einer jeden projektwoche und auch dieser projektwoche ist erst einmal schulgemeinschaft und die schulgemeinschaft in ihrer ausdifferenzierung mit den unterschiedlichen vorstellungen interessen wünschen und ideen also in ihrer vielfalt auch darzustellen das ist die grundidee die zeigt unglaublich gut das land auch ohne unterrichtsfächer passieren kann und die gibt glaube ich auch so eine riesige chance dinge einfach auszuprobieren und fehler machen ist dann sozusagen nicht so dramatisch wie es in der schule so ist wo dann auch gleich immer eine bewertung oder eine note der im hintergrund steht die projektwoche ist glaube ich deshalb wichtig weil wir lernen mit ganz jungen und ganz alten schülern zusammenzuarbeiten und die gruppen sind so gemischt das würde man an anderen schulen überhaupt nicht erleben ich denke dass das selbstständige eigenverantwortliche kreieren von lernideen viel zu wenig in schüler hand ist und dass wir in lernprozessen viel viel stärker auf die kraft der schüler lernen zu wollen vertrauen sollten als lehrer dabei kann lernen viel viel besser stattfinden wenn kinder ein tatsächliches interesse an ihren eigenen lerngegenständen gegenständen entwicklen